Hallo Freunde, Willkommen bei einem kurzen Info-Video beziehungsweise der momentanen Lage. Ich muss euch ein paar Infos durchgeben und auch Sachen sagen. Und zwar bin ich ein bisschen nicht traurig darüber, dass man mich nicht so viel anschaut, dass ich weniger Abos kriege, dass ich auch nicht mehr so viel Kommentare kriege, Aufrufe, Daumen hoch, was auch immer. Das ist halt schon was wirklich wert. Die Abo-Zahlen sind dann noch das geringste, aber wirklich die Kommentare von Abonnenten, die ich dachte, die schreiben mir auch immer wieder. Ich bin wirklich Abonnenten, weil denen freue ich mich immer wieder Kommentare zu lesen. Ich bin wirklich, ich habe wirklich gerne Kommentare zum Lesen. Ich lese mir wirklich alles durch. Ich kommentiere nicht alles, aber das finde ich schade, dass das halt zurückgegangen ist. Allerdings ist die Schuld ja nicht nur bei euch. Ich habe wirklich auch Schuld dran, ich klinge in den Platz nicht mehr so motiviert. Das gebe ich gut und gerne zu. Ich lade auch extrem wenig hoch. Ich habe gestern noch mit dem Sasso geredet, dass ein Part am Tag einfach zu wenig ist. Und deswegen kommt nächste Woche ein Upload-Fall in Kraft. Und zwar kommt Montag bis Freitag. Ich kann nicht Mittwoch sagen, ich sage immer Mittwoch. Also aus dem Schweizerdeutsch. Mittwoch und Freitag kommt dann. Digimon World, das muss ich voll machen. Und am Wochenende kommt Samstag Zeit, Part Big Bang und Sonntags Zeit, Part Big Bang. Und warum ich Big Bang am Wochenende hoch war, das ist einfach viel komfortabel. Da kann ich unter der Woche schön trainieren und am Wochenende dann jeweils eine Stunde aufnehmen. Dann hat sich das erledigt. Und Serdar kann man auch davon spielen. Das kann ich eh fünf Parts am Stück aufnehmen. Und das war es eigentlich auch schon. Wer kann ich nicht sagen? Ich möchte mich mal entschuldigen, fast ich wirklich nicht mehr so motiviert rüberkomme. Und ich hoffe wirklich, ich kann jetzt auf euch zählen und dass ihr mich wieder unterstützt. Weil gestern acht Abos weniger, das ist arg ziemlich am Ende. Am Ende wird Player da sein. Das tut wirklich weh. Aber es tut mir wirklich leid, Leute. Warum ich jetzt so kurz bin, ich nehme das Video schon zum vierten Mal auf. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Hier mal aufnehmen. Ich hoffe, es bleibt zum Kasten. Tschüss, Leute.